So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rahms ist der Dicke und es ist was passiert, passiert wie Tomaten. Ich habe einen neuen Pokémon Go Account. Oh mein Gott! Und warum? Die Geschichte möchte ich euch gleich erklären. Und dann möchte ich euch den Account mal zeigen, wie hoch der jetzt ist, was da alles drauf ist und vor allem, wer mich geedit hat. Die ersten 200 Leute, die geedit haben in der Reihenfolge, möchte ich dann gleich annehmen, sodass dann, wenn dann Platz ist, die nächsten 200 auch kommen können. Momentan kann niemand diesen Account adden, weil ich 200 offene Freundschaftsanfragen habe und mehr als 200 offene Anfragen kann man nicht haben. Diese 200 muss ich annehmen, dass der 200 Freunde hat und dann wäre Platz für die nächsten 200, die dann den noch adden wollen und ein bisschen leveln möchten oder sonst was oder keine Ahnung, weil den werde ich jetzt einen Monat bespielen. Aber ganz kurz zurück, was ist passiert? Wir haben am Donnerstag die Goldene Meile gemacht mit Kesto und Hannes. Da war ich so schlau, ich nehme meine Handys noch mit, weil es ist ja auch der Raid-Boss-Wechsel gewesen. Zapdos kam in die Raids. Das ist dieser Vogel da mit dem weißen... Was ist überhaupt weiß an dem? Mit den Fußnägeln, mit den weißen. Eigentlich wollte ich sagen mit dem grünen Schnabel, aber der ist auch nicht grün, also ist egal. Der HP ist grün, der Balken, das ist nämlich mit einem Wert von 207, weiß ich gar nicht, was ich überhaupt... Zapdos Community Raid gemacht, also am Donnerstag zwischendrin während der Goldenen Meile. Habe ich dann am Freitag hochgeladen. Wie ich gesehen habe, ist das Video gar nicht synchron, weil ich das abends nach der Goldenen Meile noch geschnitten habe und war total bedüdelt. Es ist trotzdem Freitag online gekommen. Und als ich Freitag früh nach der Goldenen Meile mein Handy anmache, in meinen Account reingehe, habe ich diese Nachricht hier bekommen. Benachrichtigung über Kontosperrung. Dein Konto wurde vorübergehend gesperrt, weil du die Nutzungsbedingungen verletzt hast. Die Sperre wird in 30 Tagen aufgehoben. Ein weiterer Verstoß führt zur permanenten Bann-Sperrungs-Dings. Wie ist das passiert? Woran liegt das? Man weiß es nicht genau. Das könnte viele Gründe haben. Jetzt finde ich es ja doof. Ich habe immer Ziele. Ich wollte ja Arctos, Zapdos, Lavados, alle in diesem Monat. 100% der wir 50 pushen und bekommen. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr mit meinem spielen. Ich kann das mit dem Krypto-Dings nicht machen. Ich kann keine Raids machen, keine Raid-Mania hin und her, was weiß ich. Man kann sich unterkriegen lassen. Oder man macht sich schnell einen neuen Account, nämlich diesen hier, den Spületrend. Warum der so heißt, das wisst ihr, wenn ihr in der Community ein bisschen rumwühlt. Und wir haben jetzt den Spületrend-Account gemacht. Den habe ich gestern gemacht. Hier steht auch der Trainer-Code sogar. Wer also jetzt mal in den Community-Tab geht, sieht den Trainer-Code vom Spületrend. Den kann man auch, wenn man hier mal das Bild weitermacht, sieht man auch den Trainer-Code vom Spületrend. Aber der hat jetzt gerade 200 Anfragen. Geht es nicht weiter. Gleichzeitig, bevor ich euch den Account zeige und wer bis jetzt helfen wollte, den hochzuziehen, habe ich hier aber heute noch eine Umfrage gestartet, weil ich nicht weiß, wie es nach den 30 Tagen weitergeht. Die meisten Leute sagen, ja, dann spiel halt komplett legit nur noch alles, sonst was, hin und her. Beziehungsweise Verstoß gegen keine Richtlinien mehr von Niantic. Das würde den Kanal aber irgendwie komplett über den Haufen werfen. Da steckt ja viel mehr dahinter, als ihr überhaupt denkt. Deswegen habe ich auch zwei Optionen aufgezeigt. Vorhin, als ich nur diese zwei Punkte hatte, weiter wie bisher mit dem Kanal, oder ohne Formate, nur noch für mich selber spielen. Vorhin hatte das Zweite die meisten Stimmen. Dann habe ich nochmal darauf hingewiesen, dass dieser Text hier oben, der ist ja nicht so zu Ende. Da steht ja mehr Anzeigen und dann ist er aufgegliedert. Was bedeutet denn, oh, warte mal, das ist das Falsche. Was bedeutet denn Option 1 und Option 2 genau? Nachdem ich gezeigt habe, was Option 1 und 2 im Detail sind, sind plötzlich alle auf Option 1 wieder geschwappt, weiter wie bisher. So, Option 1. Genauso weitermachen wie bisher, das heißt regelmäßig die bekannten Formate bringen und weiterführen bis zum bitteren Ende. Also wenn mein Account wieder da ist, wird es dann wieder normal Max Out Money geben. Wir werden Dienstag-Rates für Zuschauer machen oder mal einen Rauch-Stream oder einen Community-Rate, je nachdem, wenn ein Raid-Boss-Wechsel ist, sonst was. Mittwoch wird es Raid-Manias geben, Donnerstag vielleicht Mega-Rates und an den Wochenenden haben wir eigentlich immer mit Thomas gechillt und gelabert im Stream und legendäre Raids für Zuschauer, mit Zuschauern gemacht, wo ich selbst ja auch meistens dann mitgemacht habe, mich eingeladen habe. Wenn aber man die Option 2 wählt, dann müsstet ihr theoretisch gefühlt alle Formate großartig einstampfen und man kann eigentlich gar nichts mehr machen, weil nicht nur, dass in der Raid-Mania, wenn du Raid-Mania wirklich völlig legend spielst, hast du vielleicht in der Stunde dann 5 Raids gemacht und jetzt haben wir 20 gemacht. Ich finde, dann ist das Format nicht mehr ganz so spannend, weil es war ja immer cool, dass man gekämpft hat, der hat einen Punkt gekriegt, dann ist man zum nächsten, der hat einen Punkt gekriegt und die eine Stunde durchgezogen, gab es schön EP, man hat viele Raids gemacht, super hin und her. Entweder muss man wieder fliehen, wie früher, dass man einfach gar nicht fängt und einfach bei jedem flieht, sodass man wieder mehr Raids machen kann und jeder fragt sich, warum fliehst du denn, wieso fängst du denn nicht, weil ich keine Zeit habe dafür. Oder man fängt und schafft halt statt 20 Raids nur noch 5 Raids. Würde dieses Format irgendwie trotzdem ein bisschen kaputt machen, also wahrscheinlich dann eher fliehen, was eigentlich total sinnlos wäre. Der Abschluss-Raid bei der Raidmania würde aber entfallen, geht dann einfach nicht mehr. Weil wenn ich keinen Raid habe hier, kann ich keinen machen, weil ich kann mir ja keinen mehr suchen. Community Raid, obwohl ich letztendlich beim Community Raid losgehe mit Videokamera, vor Ort an der Arena spiele, ohne meinen Standort zu verändern oder irgendwas hin und her, würde auch wegfallen, weil ich ja zwei andere Handys dafür brauche, die keine Freunde haben, damit ich hier, da, hier 5 und da 5 adde und die zusammen zum Community Raid einlade mit meinem Main zusammen. Ist ja Multi-Accounting, ist gegen die Community-Richtlinien, ich könnte also auch keinen Community Raid mehr machen, selbst wenn ich mich vor Ort hinstelle und sage, so, ich lade 10 ein, dann tragen sich vielleicht 10 Leute ein, einen davon habe ich in meiner Liste bei meinen Freunden und die 9 anderen sind Fremde und die kann ich nicht adden, wenn meine Liste voll ist. Könnt ihr also nicht mitmachen. Der Community Raid würde gar nicht mehr existieren, das würde einfach gar nicht mehr funktionieren. Und selbst wenn ich alles, legit, sonst was mache, bei mir hin und her, ist ja trotzdem der Fakt, wenn du Raids für Zuschauer machst, spielst du ja mit einem anderen Account und schon alleine, dass du einen anderen Account bespielst, ist ja schon wieder verboten. Das heißt, wenn ich meinen Hauptaccount habe, aber bei Raids für Zuschauer mit einem anderen Account spiele, ist das schon wieder gegen die Richtlinien und kann dazu führen, dass der Hauptaccount gesperrt wird, obwohl der gar nichts Schlimmes macht. Obwohl der einfach nur zu Hause sitzt und chillt. Können da trotzdem gesperrt werden, wenn man Raids für Zuschauer macht. Das sollte jedem klar werden. Also, ohne die ganzen gängigen Formate, ohne Raid Mania, ohne Community Raid, ohne Raids für Zuschauer, ohne sonst was. Was man machen könnte, ist, sich am Dienstag hinsetzen, 18 bis 19 Uhr, Rauch an, und dann einfach sitzen und gucken, ob man halt zwei, drei Pokémon kriegt. Das wäre legit, das wäre cool. Das wäre aber auch irgendwie langweilig. Muss ich ehrlich sagen. Ne, also macht euch nochmal Gedanken, wenn ihr das jetzt hört. Schreibt mal eure Meinung nochmal, vielleicht unter dieses Video, was ihr jetzt dazu sagt, wo ihr das hört, wie sich das dann ändern würde. Lieber weiter wie bisher, oder komplett vor die Wand, oder, ne, warte, das war das andere. Weiter wie bisher, oder einfach alles einstampfen. Denn, wenn ich Raids für Zuschauer machen würde, müsste, dann dürfte ich mein Hauptaccount, wie Leon schon sagt, werf alle Freunde runter, und benenne deine Hauptaccount um, wenn keiner mehr weiß, wie der heißt, und du auch niemanden mehr in deiner Liste hast, dann kannst du ja gemütlich spielen, in Ruhe für dich auf dem Hauptaccount, ohne, dass dir jemand irgendwie an die Gurgel will. Und das einzigste, was man dann kennt, ist der Raid-Account, und wenn der gemeldet wird und fliegt, das ist egal. Wie soll ich denn aber Raids machen mit meinen Freunden, wenn ich keine Freunde mehr habe, wenn ich jeden löschen muss, und mich umbenennen muss, und anonym bin, dann lädt mich keiner mehr ein, ich kann keinen mehr einladen, es gibt keine Glücksfreunde mehr, es gibt gar nichts, aber mein Account ist safe, sozusagen, weil ihn ja keiner kennt. So, das sind also die zwei Optionen, jetzt möchte ich euch trotzdem aber noch den Account mal zeigen, wovon wir die ganze Reden, hier haben wir ein schönes Bild vom GoFest, das mache ich jetzt hier daneben nochmal, während ich jetzt hier mal auf den Account gehe. Der Account, wie gesagt, gestern ist der angefangen, und der ist jetzt gerade, der Mr. Spüle-Trend, Level 29, wuh, natürlich Team Gelb. 31 Kilometer, fast 1000 Pokémon, 255 Stopps, 1,6 Millionen EP, Startdatum 8, das siebter, das passt auch, hat wie gesagt, keine Freunde besetzt, ich habe aber 200 Freundschaftsanfragen, und, ja, hier, was sind meine Pokémon, wir können mal hier vier Sternchen eingeben, bis jetzt alles, und wir haben 100er Zickzacks, wir haben 100er Ladybar, wir haben 100er Zobiris, als Krypto, wir haben 100er Glumanda, und wir haben 100er Shigi, das sind die 100er, und die Shinies, wir haben Macholo, wir haben Tragoso, Trassler, Macholo, Driftlon, Ladybar, Jorclef, Macholo, Shamjan, Grillmack, ganz frisch, und Glurak, sogar mit Partyhoo, direkt so in der Wildnis, nicht entwickelt. Ist auch gleichzeitig wahrscheinlich das beste Pokémon, was ich jetzt habe, oder das höchste Pokémon, ja, 1511, geht noch nix, ihr seht, der Level sagt gar nix aus, Level 29, und dann, das ist das beste Pokémon, das ist halt nix, aber jetzt möchte ich auf die Freunde gehen, denn ich habe, wie gesagt, gestern den Drina Code gepostet, 200 Leute haben geaddet, ich habe noch keinen angenommen, ich werde jetzt alle 200 annehmen, und dann kann man auch wieder adden, und es könnten sich theoretisch nochmal 200 Leute anstellen, ich danke jedem jetzt, der hier erstmal geaddet hat, denn ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen, aber mit diesem Account muss ich versuchen, irgendwie die 30 Tage rumzukriegen, und nach den 30 Tagen, wollte ich den ja eh verlosen, Humpen29 ist der erste hier, Schenaya kennt man auch, Little Neppmu, Neppmu, ha, der sagt mir jetzt gerade nix, aber Grüße auf jeden Fall, auch schnell dabei, Chilbor ist hier am Start, Reza Abogniuk, David Cathy, Brainy Falerope 3, Henry Nicky, Pogo Go Nicky, Mark, Urmel Koch, 1, 2, 3, Kit, Urmel Koch, wo kommt der her, Grüße gehen raus auf jeden Fall, und Mark, hm, Mark niemals, gibt es mehr Marks, ich weiß es nicht, Matze, Carsten, Niki Luff, Lil Ma, nee, Lili Ma, Schuriken Waffle, Vivala Ramses, Pogo Maus, Schuriken Waffle, höre ich auch das erste Mal, Lili Ma, ist mir auch nicht so geläufig, aber trotzdem danke, Rani Kalito, Timote, Ramses Gredes, Sneakpik, noch nie gehört, Hegel, Tussi, Netghost, Forbro Yenna, Zilvon, sagt mir auch nix, Aquana, Girl, Capro Out, äh, Cupra Out, Cupra, kenn ich glaube ich, hat er jetzt Out noch hinten dran, oder gibt es da mehrere? Meri Meister Dodo, Shiny Hunter Trainer Sir Ups, Schatzi das Tomate, Fabi, Donkey, Lost Lift, Rafi Shango, übrigens sorry natürlich an die Leute, die bei den Gewinnspielen letztens gewonnen haben und noch Pokémon von mir kriegen, wir können momentan halt nicht weiter leveln, also erst wenn ich wieder meinen Account hab, in 30 Tagen, kann ich dann rein und wir können weiter leveln, dass ihr dann noch eure gewonnenen Pokémon bekommt, Lunashock, ich glaube auch noch nie mit dem Hauptaccount befreundet, aber hier mit dem kleinen, MDM, MDMA, MD Amazing, MDMAzing, Prinz Prinzessin, Master Gossi, Brain Out for, Jojo, Mr. Barista, jetzt wollte ich sagen, Bierpenny, aber es ist, Bineni, aber Bierpenny kennt man auch, die Denise Roudinho Suriyama, FC Mario Mayer, Denial, Scheinianter, Bubi 1, Titanemalos, Lady Butterfly, Kaiser Kai, Schäfe 24, Master Jogger, Bra Mark, niemals, wer war der andere Mark, Zelda, Borki, Tom Tonne, Black Sea, Affe, Bambino, CP, Ratze, Putz, Rocket, Rasierer, Pokehander, Trainer, Luca, Nivais, Iva Scharf, Mazofix, Leon Maurice, Yushikiru, Heldenhaft, Ibims, Mr. Tobio, Nick der Geile, Marbrö, Brotpilot Lima, Nick der Geile, wo warst du übrigens beim Go-Fast? Ich dachte, du wolltest in die Kamera laufen und sagen, ich bin der Geile Nick, habe ich Nick gesehen, ne? Brotpilot Lima, Brotpilotmeister, Jeremy Jason, Jan von Smile, Dr. Matt Worscht, Dr. Matt Worscht, Markus X, Arthur, Kulidita, Fatih, Blip, Pogel, Loddl, DJ Rocks, Alex, Real, High Course, Rio Deluxe, Onkel Busfahrer, Archie Planlos, Schick Schicki, Adrian, Verporen, Ristan, BVB, der Lord, Ratta, Fussi, Nato, Fahrradian, Holzi, GHG, Freddy, Blattentiers, Shacki, Zocker, Maid, Koronika Noah, Bowling Ball, Neues Gelb, Puppi Bunny, Krissi Krissi, Zinnix, Pasta Nack, Unsere Sache, Jason aus Elm, Y, W, Marcel und Gizmo, Die Omen, Tobi, Beckhan, Baloo, Mr. Gina, Crusader, Zumquickie, Schwolosco, Andy Project, Raptus, 1807, Prinzessin, Aluhut, Meine Sache, Rotten Roxy, Brawler Lennox, Anni, 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 Ninas, Dero, One, Miku, MK, Freaks, Fabi, 3, Go, Tote Oma, Grüße gehen raus, Old Yubi, Young Jobby, Übrigens, wollte ich ja die Brezelqueen auf dem Hauptaccount wieder adden, sobald ich mal einen Platz weggemacht hab, weil ich nach ihr gesucht hab, um den Namen zu finden und da ihren Trainercode gesehen hab, und es hat mir so leid getan, als sie meint, ja hast du mich damals entfernt, hab ich das Geschenk aus Versehen aufgemacht, wollte ich eh mal gucken, dass ich ein paar Leute vom GoFest dann wieder reinnehme, die gerne und so, Young Yubi, Snap, M4, Einzre, Mary, Mayre, ach keine Ahnung, Baby Cry, Ice Corp, Jens, Ice Corp, Jens, X, Ice Corp, Jens, Y, Devin Joker, Monika, Patricia, MPH, Riese, Luigi Sarada, Joel, Taiva, Kolia, Bupi, Molem, Kula, Hase, ESC, Beoline, Michas, Milan, Jani, Mogi, Hinata, Blum, Noxi, ESC, Dussel Girl, der Tod, SK Performance, Jani Natze, Mike Strider, Makoto Mishima, Phoenix Hexe, Tanja, Yam, Lori, Sandra Daus, Rambo, Kinghammer, Annalena, Timo, Strange Love, Blau, Alfie, Ricardo, Blacktrain, Yoda, Knut Lina, 56 Gamer, O, O, Dranuel, Wochenende, Smaugo Daniel, Maxi Kellerkind, Swagger, Madbrood, Hosenmobs, das sind jetzt 200 Freunde, und wenn ihr mir gute Laune macht und mir schönes Feedback gebt, dann habe ich vielleicht sogar Interesse dran, bei diesem Account ein paar Coins aufzuladen, sodass wir trotzdem am Mittwoch eine Raidmania machen können, wo meine Freunde mich einladen und Raidmania Punkte verdienen können, in der Raidmania über diesen Account, denn viele, haben den ja geäddaten, die ich eigentlich bei mir habe, haben den ja geäddaten, die ich eigentlich bei mir habe, und alle die 200, die jetzt da drauf sind, haben also am Mittwoch Möglichkeit, in der Raidstunde dann einzuladen, über Raidmania mäßig hin und her, hättet ihr da Bock drauf, wollen wir das durchziehen, wollen wir in der Jentik noch mehr Geld in den Arsch pusten, ich weiß es nicht, ich habe extra eine Null vorne dran, dass ihr jetzt wisst, dass ihr dann den guten alten Spületrend einladen müsst, ne? Ich bin mir noch unsicher, aber eigentlich möchte ich nicht, weil ich gesperrt bin, jetzt dieses Format, was ich so gerne habe und was immer so spannend ist, weglassen und würde das mit dem Account vielleicht da einfach mal machen, ich könnte auch einfach annehmen, in die Lobby rein und kurz bevor die Lobby losgeht, raus sagen, du kriegst den Punkt, ich nehme den nächsten an, dann muss ich keinen Pass verschwenden, dann muss ich nichts machen, aber ist ja auch irgendwie komisch dann, oder? Eigentlich ist das komisch. Wir machen, ich guck mal, ich guck mal, dass wir vielleicht da was aufladen können und da ein paar Coins haben und dann mit ein paar Coins eine Raidmania machen mit Zapdos, eine Raidmania mit Lavados, eine Raidmania mit Yalga, dass dieser Monat trotzdem ganz normal in einer Raidmania ablaufen kann, denn wäre gemein, jetzt gerade wo IceCorpions mal nicht an der Spitze ist, sondern Julchen, dass die plötzlich darauf verzichten muss, ist Julchen überhaupt in der Liste? Jetzt muss ich auch nochmal nachgucken. Julchen ist nicht in der Liste, IceCorpions, das ist deine Chance. Geh da hin, lad da ein. Ich will jetzt nicht, lass mich in Ruhe. So, das ist doch Spületrend, jetzt neu mit Glumanda. Eigentlich müsste der jetzt mal das Fette... Mach mal gleich, mach mal gleich, kein Problem, wir gehen jetzt noch hier drauf, auf den Buddy, live. Was willst du denn von mir, Mann? Ich will doch nur mal wechseln. Hier, du nimmst jetzt das fette Glurak. Das passt nämlich, der Spületrend ist nämlich auch komplett schwarz. Und jetzt dieses schwarze Glurak dazu, ihr seht schon. Mann hat ja gute Laune, ne? Weil es einfach gerade Spaß macht, ein Video aufzunehmen. So, das ist Spületrend. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Schreibt mal drunter, was sagt ihr, wie soll es weitergehen? Alles einstampfen und ich ziehe mich zurück. Oder weitermachen bis zum bitteren Ende. Und die Überbrückung jetzt mit diesem Account, der dann am Ende verlost wird. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und denkt dran, ihr könnt ab jetzt wieder adden. Ihr könnt ab jetzt wieder adden. Ich habe noch Platz für 200 Freunde. Julchen, du musst noch rein. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.